Mit dem Newton'schen Interpolationspolynom und dem Schema der dividierten Differenzen kann nicht nur eindeutig ein Polynom bestimmt werden, das durch vorgegebene Punkte wie zum Beispiel 1,1 und 2,3 hindurchläuft, sondern es können auch noch andere Informationen mit einbezogen werden. Zum Beispiel, dass die Ableitungen der Originalfunktion an diesen beiden gegebenen Punkten noch bestimmte Werte annehmen. Wie man jetzt ein Polynom geringsten Grades rekonstruieren kann, das alle diese Informationen erfüllt, das zeige ich dir jetzt. Los geht's! Schauen wir uns das Ganze direkt an diesem Beispiel an. An deiner Stelle würde ich zuerst einmal eine kleine Tabelle vorbereiten mit genau so vielen Zeilen, wie wir Informationen gegeben haben. Fünf Informationen bedeutet auch, dass wir jetzt fünf Punktepaare untereinander schreiben. Und da diese Stützstelle x gleich 1 jetzt zweimal vorkommt, tragen wir auch diesen Punkt 1,1 zweimal untereinander ein. Und diese Stützstelle x gleich 2, die kommt dreimal vor, deswegen tragen wir den Punkt 2,3 auch dreimal untereinander ein. Die Werte von den Ableitungen, die tragen wir nicht ein, das ist wichtig, die kommen gleich noch drinne vor. Wenn wir jetzt mit dem Schema der dividierten Differenzen arbeiten wollen, dann haben wir gesagt, nehmen wir uns paarweise diese Punktepaare hier vor und bilden den Differenzenquotient. Das heißt, wir teilen die Differenz der y-Werte durch die Differenz der zugehörigen x-Werte. Und da siehst du schon, alleine beim ersten Punktepaar gibt es ein kleines Problem. Und zwar erhalten wir 0 geteilt durch 0 und wir wissen, wir können nicht durch 0 teilen. Dieses Problem ist auch nur deshalb entstanden, weil der Wert der ersten Ableitung an dieser Stützstelle hier gegeben war. Und ich habe gesagt, dass wir für diese Information nochmals den Punkt 1,1 eintragen. Du kannst dir aber merken, dass es einen kleinen Trick gibt, immer wenn wir beim Schema der dividierten Differenzen den Fall 0 geteilt durch 0 haben. Der Trick ist zugegeben nicht mathematisch 100%ig sauber, aber das Schöne ist, dieses Schema gibt es immer vor. Und zwar können wir von diesem Differenzenquotient jetzt über den Grenzwert zum Differentialquotienten übergehen. Und der ist per Definition gerade die erste Ableitung. Was für ein Zufall. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem Schema der dividierten Differenzen arbeiten und 0 geteilt durch 0 erhalten, dann nutzen wir einfach den Wert der ersten Ableitung an dieser Stützstelle hier. Du musst hier aber bitte noch einprägen, das ist ganz wichtig, dass das Ganze noch geteilt wird durch die Ableitungsordnung Fakultät. Erste Ableitung, deswegen 1 Fakultät. Das heißt, wir erhalten hier 4 geteilt durch 1 gleich 4. Perfekt. Bei diesen beiden Punkten hier, da haben wir das Problem nicht. Da können wir ganz regulär bilden. 3 minus 1 geteilt durch die Differenz der dazugehörigen x-Werte. 2 minus 1. Also erhalten wir 2. Und wenn wir uns diese beiden hier anschauen, da haben wir wieder dasselbe Problem wie hier oben. Wir erhalten 0 geteilt durch 0. Und da haben wir gesagt, gehen wir einfach zum Differentialquotienten über. Also zur ersten Ableitung an dieser Stützstelle hier. Aber wichtig noch geteilt durch, weil es die erste Ableitung ist, 1 Fakultät. Gut, was bei der ersten Ableitung nicht viel ausmacht, weil 1 Fakultät ist ja gleich 1. Das heißt, wir tragen hier einfach den Wert 1 ein. Und wenn wir uns diese beiden hier anschauen, machen wir genau dasselbe. Auch hier gehen wir zur ersten Ableitung über und erhalten wiederum 1. Okay, machen wir das Ganze noch einmal für diese beiden Werte. Hier haben wir wieder zwei unterschiedliche Werte. Das heißt, wir können ganz einfach rechnen. 2 minus 4 geteilt durch die Differenz der dazugehörigen x-Werte. Und wenn wir diesen Pfeilen wieder folgen, dann gehört zu diesem Wert 4 zum einen der x-Wert 1. Ja, und nochmals der x-Wert 1. Und zu diesem Wert hier gehören die beiden x-Werte 1 und 2. Und da haben wir gesagt, wir nehmen einfach die beiden äußersten Werte. Also, wenn wir rechnen 2 minus 4, dann teilen wir durch 2 minus 1. Also haben wir minus 2 durch 1 gleich minus 2. Okay, machen wir das Ganze für die beiden hier. Da rechnen wir 1 minus 2 geteilt durch die Differenz der dazugehörigen x-Werte. Gut, der äußerste x-Wert, der dazugehört, ist die 1. Und hier ist der äußerste x-Wert, der dazugehört, die 2. Also 1 minus 2 geteilt durch 2 minus 1. Haben wir also eine minus 1. Und jetzt machen wir das Ganze hier auch noch einmal. Und da haben wir wieder das Problem 1 minus 1 gleich 0, was erstmal noch nicht so schlimm ist. Aber wenn wir das Ganze verfolgen bis zu den x-Werten, haben wir im Nenner auch 2 minus 2. Also wieder den Fall 0 geteilt durch 0. Und da haben wir gesagt, gehen wir wieder zur Ableitung über. Und da wir die erste Ableitung schon haben, nehmen wir uns jetzt einfach die zweite Ableitung vor. Nur aufgepasst, geteilt durch die Ableitungsordnung zur Fakultät. Also die zweite Ableitung an der Stelle 2. Das ist gerade 2. Und dieser Wert geteilt durch 2 Fakultät, da kommt gerade 1 bei raus. Okay, und jetzt führen wir das Ganze nochmal durch. Da sind wir nämlich gleich schon am Ende. Rechnen wir mit den beiden weiter. Minus 1 minus minus 2, aufgepasst, wird ein Plus draus. Ja, die Differenz dieser beiden Werte. Geteilt durch die Differenz der zugehörigen x-Werte. Da haben wir oben die 1. Und wenn wir hier dem Pfeil bis nach ganz unten folgen, haben wir die 2. Also 2 minus 1. Das ist dann gerade 1 geteilt durch 1 gleich 1. Ja, und wir sind wieder, wie gesagt, fast schon fertig. Jetzt hier noch mit diesen beiden 1 minus minus 1. Also wird wieder eine 1 plus 1 draus. Geteilt durch die Differenz der x-Werte, die am weitesten außen stehen. Hier haben wir die 1 und hier unten haben wir die 2. Also 2 minus 1. Gut, das heißt, wir haben hier 2 durch 1 gleich 2. Und jetzt noch ein letztes Mal und wir sind durch. 2 minus 1. Diese beiden Werte voneinander abgezogen. Geteilt durch die Differenz der zugehörigen x-Werte, die am weitesten außen stehen. Gut, das ist einmal die 2 ganz unten und einmal der x-Wert 1 ganz oben. Und damit sind wir fertig. Fassen wir mal kurz unser Ergebnis zusammen. Die Zahlen, die wir hier gerade ausgerechnet haben, die, die oben auf der Pyramide draufstehen, 1, 4, minus 2, 1 und 1, das sind gerade die Vorfaktoren von jedem einzelnen Summanden in unserem Polynom. Das, was außerdem noch von Summand zu Summand immer dazukommt, das sind solche Linearfaktoren, bestehend aus den Stützstellen, auch wirklich der Reihe nach, von oben nach unten. Im ersten Summanden, da hatten wir noch keine Linearfaktoren. Im zweiten Summanden kommt der Linearfaktor x-erste Nullstelle dazu. Im dritten Summanden kommt zu dieser x-1 noch eine x-1 dazu, deswegen x-1². Im vierten Summanden kommt zu diesen beiden x-1 mal x-1 noch ein x-2 dazu. Ja, und du siehst, dass auch wirklich alle Linearfaktoren, die in den vorherigen Summanden drin waren, auch wieder im nächsten Summanden enthalten sind. Deswegen kommt beim letzten Summanden zu diesem x-1 mal x-1 mal x-2 noch ein x-2 dazu. Du kannst dir auch gerne mal den Spaß machen und dieses Polynom ausmultiplizieren. Und wenn du möchtest, auch gerne noch zweimal ableiten. Du wirst sehen, wenn du all diese Stützstellen dann eingesetzt hast, sind wirklich diese fünf Informationen enthalten. Was außerdem noch ganz interessant ist, sollte jede Information sich auf ein und dieselbe Stützstelle beziehen, zum Beispiel f von 1 gleich 1, f' von 1 gleich 4, dann haben wir noch die zweite, dritte, vierte, fünfte Ableitung, immer an derselben Stützstelle, dann würden wir am Ende ein Taylor-Polynom erhalten. Also ganz interessant, das Interpolationspolynom nach Newton ist im Spezialfall, wenn sich wirklich jede Information auf ein und dieselbe Stützstelle bezieht, gleich dem Taylor-Polynom. Obwohl man beim Taylor-Polynom eher weniger von Interpolation spricht. So, das ist ein anderes Thema. An dieser Stelle erstmal genug damit. Wir haben uns gerade die Rekonstruktion von Polynomen mit der Newton-Interpolation angeschaut. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Dir hat das Video gefallen und du musst dich demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten? Dann schau mal unter diesem Video nach. Dort habe ich mehrere Kurse zur Klausurvorbereitung von mir verlinkt. Wenn mal eins deiner Themen nicht dabei sein sollte, dann schreib mir bitte eine Mail und du erfährst als Erster, wenn neue Kurse rauskommen. Wenn dir dieses Video weitergeholfen hat und du möchtest, dass auf diesem Kanal weitere Videos erscheinen, dann erzähl deinen Freunden, deinen Eltern und deiner Oma von mir und abonnier den Kanal. Danke dir.